Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwittiges Tier. Ja, Trevor, ihr wisstens, oh, fahren hat sich erhöht, obwohl ich nur Leute angepöbelt habe, wie, hä, jetzt mal ernst, ich hab Leute angepöbelt und da hat sich mein Fahrerskill erhöht, what the fuck, uber-drollen Gesichter, geile Sache, wo ist es, wo ist es, wo ist es, Trafen bei den Schiffen, jetzt muss er nicht aufgetaucht sein, oder? Ja, ist es, okay, wir müssen noch mal da. Na gut, wir haben jetzt nicht unbedingt die geilsten Klamotten gerade an, aber ich sag's mal so, es wäre noch besser als ein Schiff, irgendwie nackter wäre, ich meine, so können wir uns ja noch ein bisschen, Ort für Heli hat er auch bereit, okay, Heli, 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 Heli. Er wäre nicht, entweder bin ich blind oder ist er nicht da. Jetzt ist er auf dem Web, alles klar, wo gibt's Heli? Da oben in den Bergen, alles klar. Dann müssen wir wieder zurück in den Wackneck Norden fahren. Das können wir ja hin, wir organisieren das mal in Übert. Da, Klamotten laden, da können wir uns mal schnell einfach nur Klamotten holen. Wie man sagt, das ist halt so eine Sache, das finde ich halt kackern, GTA 5, dass die Charaktere dann ständig die Klamotten wechseln müssen, nicht das anbehalten, was man denen halt zum Anziehen gibt. Das wäre sehr schade, finde. Da muss doch alles voll mit Viechern sein. Gibt's, was gibt's in Panama alles? Spinnen, Schlagen, große Wassertiere, alles. Ich hätte da so Angst. Das sind alles los. Geht auf den verdammten Boden, jetzt! Okay, okay, wir sind alle Freunde hier. Niemals, die hol ich mir. Da habe ich mir droht, die müssen jetzt sterben. Ich meine, für wen halten die sich Chuck nur so was? Ihr habt mich bedroht, ich werde euch jetzt umbringen. So, ihr merkt schon mal, wo ich gepackt habe. Lebt der Vogel noch, Moment. Penner. Gib mir die Tasche mit dem Geld, gib mir die Tasche mit dem Geld. 2.000. Ja, ich gebe das natürlich wieder zurück. Der Klamottenland ist das Ganze... Naja, die ganzen Leute rennen weg, ist mir noch scheißegal. Ganz egal, ich bin ganz geil wieder zurück. Ich bin ein einständiger Bürger. Deswegen macht euch bitte keine Sorgen. Hallöchen. Du hast das Geld! Oh, danke Gott! Nächste, wenn du in die Nähe gekommen bist, ist es 25% off. Okay? Ja, ich wollte mich hier noch mal kurz noch mal ein bisschen umkleiden. Oder geht das nicht, weil er da mal ausgeraubt worden ist? Geschlossen, bitte komm später wieder, alles klar. Verdammt, Mann! Geh die fuck out of my way! Hey, war keine Absicht, mir leid, dass ich angerempelt habe. Aber egal, 25% Rabatt, wenn ich diesmal da vorbei schneide, alles klar. Scheiße, eigentlich wollte ich mich hier umziehen. Nicht blöden Banditen. Na gut, fass doch mal hier noch auf dem Weg. Ja, kann ich ebenso gut nach Hause fahren. Scheiße, okay. Ich fahr mal kurz nach Hause. Diese schwulen Banditen. Komm ich hier nie vom Fleck. Hallöchen. Hallöchen, wir wissen, du. Ein Mime. Ein Pantomime. Fair is not demused. Ich weiß aber nicht, warum ich den Typen hier gerade angucke. Wie sieht's denn aus, wenn ich wieder ein bisschen Töver-Shit mache, hä? Gute Nacht. Gute Nacht. Scheiß Pantomime. Was für die Welt sind, was für die Welt der Welt ist, was für die Welt ist, was für die Welt ist, die Welt ist, was für die Welt ist. Ich glaub mich aber immer, ja, so nerven müssen. wir sind fast gar nicht mehr die schnappen aber auch nur wo es mehr war vor uns jetzt das U-Boot an den Heli Priorität nicht mal das ich erst mal hier aus dem Weg bahn frei hier komme ich ach ja zu eigener zu gelackten kann man so ein bisschen so wie der pustel der kann mir beleidigen entspannter vorgehen aus dem weg bitte danke super das machen wir auch da unerfällig wir fallen gar nicht auf scheitern fast dran ist sehr gut drücken wir ein paar knöpfchen und hinterher kommt ja wir fahren jetzt ein bisschen müssen wir jetzt tauchen ich habe das submarine du musst mir helfen Ich bin ein paar Tage lang. Floy! Geh nicht auf mich, oder ich komme hierher. Wir wissen, was ich bin. Okay, um... All right. Bring it around the Pier 400 in the Western Docks. Ich bin mein Weg. Ich habe einen Truck, um dich in die Warehouse zu bringen. Was ist das? Der Union Mann, was ist nicht eine Ahnung an werken. Es ist nichts euerhenswert. Das war ein zähnendlicher, wenn ich das noch nie erwarte. Hey, wir haben keinen T Locken. Nein. Wer hat selbst die Flamme und die Gefahr der Begräufe aus, die Freude sein ... Doe ein bisschen Kult. Meriwäthin Consulting, Freund. Wer hätte einen Torsten für die Menschenrechte�alt. Wenn der US-Wein wie kein Prozess steigt. All its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're a mute, prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look at that, I don't know about that stuff. Oh, you're right. Ich muss jetzt mal so'n Bogen machen. Da-da. You don't marry my Earth by the richest, greatest skim on the planet does shit on the forest and the mediest, so we are going to enjoy sitting on them. Oh great. I'm looking forward to that. Okay, that's more like it. Wenden, 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 genau so. Ich mache das ja ganz schön, die Vanille. Ui, ich weiß nur gut, aber wir machen das ja besten so hier. Ui, das macht's auch Spaß. Ui. Wäre natürlich interessant, wenn es das Ding in GTA 6 auch wieder geben würde. Ui. Mega, eh, ich würd's feiern was. Es gibt ja hier noch so Abfallmissionen, wo wir quasi Abfall entsorgen müssen. Mit Mobut, das macht mega Laune. Wiii. Genau, wir müssen jetzt hier an den ganzen Brücken da vorbei. Genau, und hier geht es dann wieder runter. Was ist schon mal markiert. Oh, ich weiß nicht, wie sich das ganze so hier aus. Ah. Das also auch kurz was ist. Ja. Das stimmt, was? Ah. Du substitu aber ich komme das wird uns einen doch freigehalten hat doch nur 400 dass sie der bilden nachgelassen hat das hat irgendwie spaß gemacht jetzt geht die perspektive schade ich drücke es geht nicht jetzt geht es wieder vermutlich erst wenn ich hier richtig unter wasser bin der übersektive die so wunderbar der junge kann Oh, what are you doing, it's done, let's go, let's go. Right down the road, habt ihr gehört? Da hingen es nicht gerade so überdeckt, schade. Ja. Ja. Schade, ich hätte so 5% abgegeben. Wunderbar. Hier lassen wir das Ding. Du bist sicher, dass es da okay wird? Ähm, sicher. Alles klar, wenn du falsch bist, werde ich dein süßes Fleisch essen. Jetzt raus! Geh raus! Ja. Ja. Genau so haben die das ja auch gemacht. Ganz entspannt, man, ganz entspannt. Ich kann trotzdem platten Reifen schießen, hehe. Hä, aber hätte ich das Ding sonst runterholen sollen? Hä? Du darfst nicht an Bord. Ja, aber wie hätte ich das Ding ansonsten da runterholen ins Wasser bringen sollen, hä? Da will ich jetzt nicht, hä? Haben die Lack gesoffen, oder was? Die Rockstars. Wo ist denn eine Randallemission? Ja, mit einem Militär. Ja. Da hab ich doch gern dabei. Wir müssen jetzt hin und den Helikopter zu holen. Jetzt brauche ich ein Auto, um hier wieder wegzukommen. Du da, du siehst schnell aus. Komm mit, wir müssen jetzt zum Heli, wir müssen Heli klauen. Heli Klauen, wir gehen in Heli Klauen. Hey, woher gehst du mit meinem Bein? Oh! Screw this. This. What the? What the? Move ya! Aaaaaaah! No way! You fucking got it! Oh, thank fuck you got it! Thanks man, seriously, you saved my ass! Oh, this is fucking awesome! What can I say? I've never liked boys. Was? No way! No way! No way! So, da vorne geht es zum Heli, aber mal. Da hab ich hier ein Dahl-Markierer, ja, es ist ja ein Dahl-O-K, gut! dann bringen wir mal so daten heute mehr bock drauf ich will vor die knarre wegstecken gern den helm abkommt ja anständig zu den leuten hingehen das kostet das gröder kentraut zu nackt mannig ist gröber gott wo die dünn hier setzen als er vorliegen hier setzen auch haben sorry Du bist sicherlich ein Tourist, mit unseren Freunden aus dem Norden, eh? Abüt? Nicht sogar sagen so! Da ist ein Mose los, Abüt, der Hohs. Hör auf, du Hohsier, hey! Was ist Abüt? Oh, Jesus! Es ist ein feintes verdammter Akzent! Du kannst gar nicht sagen! Insurgen! Insurgen! Wir haben Kontakt! Wir haben Kontakt! Betreiben Sie Fanmanagement, Herr Winkler. Verzisst euch jetzt, oder? Es geht richtig aufs Maul. Hast du mich verstanden? Verdammt Demmskirchner, Rentenuhr! Die werden nämlich entfirmen. Ah, einen hab ich erwischt. Gewährt mich! Niemals! Besiegen! Trau doch, ich komm zu mir und leg dich mit mir an. Ich prügel die Scheiße durch raus. Klapp dich! Ich versuche es nicht... ... ... ... ... ... ... ... ... Wasserfolter, bitte! Ausdauer erhöht, wunderbar! Traut euch, kommt zum Video und leg dich mit mir an! Ich prügel die Scheiße aus euch raus! Attack! Oh, wirklich? Für einen Kanadier? Warum hast du so schreckt, foreigner? Ah! Der Bruder, wenn mich das Ding erwischt, dann brauchst du das! Hehehe! Traut euch und leg dich mit mir an, kommt schon! Na, habt ihr Angst? Angst, Potter, träum weiter! Ich prügel die Scheiße aus euch raus! Da kommt noch ein paar Idioten an! Oh, Panzer! Weiter, Korra, mein Boy Scouts! Aaaaaaah! Deckung, Trevor! Ich bin jetzt in der Air Force! Ich serve mein Land! Ich war in der Air Force! Ich serve mein Land! er auf jeden er hat noch weit wird nah mit dem dienstwagen ja kommt er hier ich will doch ihr wahnsinnigen da kommt noch ein paar ins kirchen an ja sie ist doch es geht doch jetzt geschafft wie soll ich bin granatwerfer leute mit kopfschüssen töten kann mir das vielleicht irgendetwas mal sagen das geht doch nicht das geht doch nicht ist irgendein fahrzeug da was ich benutzen kann die sehen alle ziemlich kaputt aus hallo ich brauche ich brauche ein auto klamotten deine schuhe der motorrad du hast vergessen wir jetzt zu sagen weg da die bürsen ruhe er penner ach sicher enthalten die sich und manche ich habe mit auf die militärbasis zu ich glaube ich muss auch die militärbasis ich soll es auf der militärbasis helikopter klauen ob das nur die idee ist ich weiß es nicht die wollen mich noch nicht mal rein lassen das war sowas von klatschen sternen kriege egal gut wir sind drin aber wo ich brauche ein helikopter von euch dass ich bloß in ruhe jams kirchner bewährt mich niemals besiegen traut euch kommt zu mir und legt euch mit mir an ich prüge die scheiße aus euch raus das ist die liga tarn das steigen wir von 1 kriegt euch jams kirchner ihr habt keine chance gegen mich bleib liegen im skirchner und du auch alle im skirchner müssen sterben so weg hier damit ein glück schießen sie wie sturmtruppen bewährt mich niemals besiegen militärbasis abhängen das täglichen ein glück steuern wir so einen sinnverkäufer fett und lahm werden die natürlich abhängen ich bin zu schnell nein sondern das ist richtig lahm ja wohl die kommt wirklich nicht her das ist gut die gibt die zum hangar ach bestimmt bei der ja dachte ich mir schon dachte ich mir schon wohnen auch sonst wenn ich in centi schoss wohnen so etwas von zufalt ist sogar einer von denen von denjenigen aber kein sorge als Michael haben ja Flugstunden genommen deswegen kein Problem Michael hat jetzt Flugskills in der hohen 1000 der kriegt das Glocke wirklich hin wie gut sind eigentlich deine Flugskills ja Maximum natürlich Wäre peinlich wenn es nicht so wäre ich mag jetzt auch mal bessere Flugskills als ich früher hätte ah besser ja ein paar kleine Einschüsse aber an sich alles voll negatim wir haben nur ein paar Einschüsse erhalten aber auch nicht mehr wir bluten bis hier aber egal wenn es überleben na Leute seid ihr bereit fangen gleich mit der Landung an ganz entspannt wir bringen den Vogel jetzt so runter na na wenn es nicht beschädigen ganz langsam runter lassen so als würden wir unsere Schwester küssen ganz entspannt klappt auch yes baby wir sind der Beste kann schon losgehen mit dem Überfall würde mich mal interessieren das ist ein Ford Ranger alter scheiße ey ich hole mal das Auto vom Drachendorat die Pär fuck das ist ein Ford Ranger ich glaube der hat was dagegen dass wir jetzt diesen Überfall starten wollen da können wir uns mit Hipster anlegen das ist gut wenn noch Nigel wir können erstmal die Hipster ein bisschen verärgern bin doch gern dabei bei Ernst Hipster das war damals so ein Ding das ist halt aufgekommen und alle Leute die fanden es geil Hipster zu sein oh guck mir da an ich bin jetzt Hipster oh gut aber dafür gibt es jetzt eine neue Subkultur die wir jetzt alle hassen und das sind halt in dem Fall Tik Toker katastrophe vor allem die Schäden soll ich mal dafür dass die Videos auf TikTok machen oh schaut mich an schaut mir auf einen Tik Toker oh ich könnte kotzen ich würde eigentlich da mal lang gucken ich wollte eigentlich da mal im Katzen ä äh ein Ding zu machen scheiße jetzt ja da wenn ich das heute dann können wir nämlich genau an der Stelle des Sufelsbegegnungen starten so es sieht aus wie wir bereit sind mit dem alles Floyd das ist eine gute Idee für uns zu treffen in einem Kondos vielleicht sollten wir vielleicht sag Floyd es ist eine gute Idee zu treffen in einem Kondos es ist eine gute Idee Und sag ihm, wir brauchen Chips und Dippen- und Prostituten! Zufallsbegegnung, vielleicht eine Frau, die aus der Kirche rausrennt. Hier gibt es doch so eine Zufallsbegegnung. Oder auch nicht. Keine Zufallsbegegnungen, schade. Ist es vermutlich nur so eine Sache, die Michael machen kann. Da. Oh shit, take it, I can't afford to afford another hospital bill. Dammit. No way, you fucking got it. Oh thank fuck you've got it. Thanks man, seriously, you saved my ass. What can I say? I've never liked bullies. Hey! Excuse me. That's not the gym. You look like you struggle with simple tasks. Richtig, ist ja auch so. So. No, ja, bin ich. Es kann von mir aus losgehen. Ich bin ready. Chips, Dips, Nutten, ich bin hier. Oh man. Wade! Floyd! One of you shits must be here. Hello Trevor. I missed you. Hello Wade. I missed you too. Hello Trevor. Oh, there. Hey, Hotlips. Where you been hiding? No, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good, good. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy. The stars in his eyes. Not like that. What's not like that? Oh, hey. Hey there. You and him, the old father-son issues. Gives me the fucking creeps. How's the leg, bro? Oh, it's excellent. Fuck, you wanna go? No, I'm good though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. What the fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go States again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. You better not have been. I mean, like you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position. A fucking viewpoint, all right? Like God. Like evolution. Like anything else. Sunshine, boredom, lies. That's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses. You know, a carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd! All right? Now, Floyd's got- Not the fuck! Get out of here! All right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether's security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now. Got a couple buyers lined up. I guarantee. No problems. No major heat. Mmm. Let's get going, all right? Let's take our slightly past-ed vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right! Let's do this, you fucks! Sandy Shores Airfield, bro! Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there, he? I've been told your generation are a workshop. Repeatedly, but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, uh, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TPE, okay? So we gotta make the trip. TPE? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's DP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice! Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off. But still, Trevor, it's a business! Michael, an honest American business. And there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The Lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Ha, 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 ha. Yeah, you're a serious business man too. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his thirties. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel. When he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look dude. We helping you out. But if you think you'd be better off on your own. No, no, no. Hey, look, hey. God. Oh, just let's calm down. All right. We have a score to take. There is profit to be named. I mean, don't that beat getting picked up by G-men and forced to work for free? Yeah, yeah, yeah. All right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm going to get into said submarine then. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good, 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 good. I was the next part of the plane. There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. Gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been tested. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter how much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo, the tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Whoa, 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 whoa. There's easier ways. I mean, this sounds extreme, T, even for you. Can't we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub, I've got a big helicopter. I've been researching this since I got to L.S. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. Same with my intel guy, Ron Joukowsky. Who is a damn sight better than Lester, I might add? Okay, fine, fine, I'll go along with it. Listen, Frank, if you want out, I understand. No, 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 I'm good. I can do with a paycheck. That's the spirit! And here's my submarine! Floyd, wait! Stand by the hangar! I guess this is our chopper. Yeah, come, we're taking the time. Meins! Blblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Here's the hook. At least you listened to me. You took those flying lessons. That's a good donkey. We are hooked up. You gotta drop me a couple clicks. You have to see from Toledo Cove. All right, we're going to go to the test area. Little thing. Trevor, you've got your company name sprayed all over this chopper. But, uh, everything else about it says it's military. Yep, I got it from the military base. And there's all this military hardware in the back. Guns and whatnot. Mm-hmm. This thing gets hot. They'll come in handy. Hey, I thought it wasn't getting hot. You said no major heat. I bet you guaranteed it. It's a score, Michael. Even if you don't anticipate heat, you prepare for it. That's the code. That's why I don't take scores. Not anymore. I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores? No. Not anymore. What say you, Franklin? I say this is a conversation between you two. No. That wasn't you guys then at the Rockford Hills Drill Store. Hey, that's right around the corner from my house, T. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Oh, my mistake. My mistake. It was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there. They went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, yeah. Pulled it off. All right. All right. It was us. Of course it was us. Any other clouds would be in Fulingbrook now. Mmm. Nah, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy. Fat guy? Fat guy? Amateur! Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional. Just go on down the coast. These guys better not be involved with us, shit. The app is alive. Read the signal. Da lang. All righty tighty, McSplighty. I'm down here. My phone's hooked up to the sensors on this sub. Bloop, bloop, bloop. I got an app here that should pick up the signal. No problem, man. Ganz entspannt. Hey, how you doing down there? Yeah, I'm staring into the abyss and I like it, Michael. Hey, hier sieht's wirklich schön aus, ja, ja. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Da dürfen wir gleich auch verstoßen. Da drüben, da. Gib dich zu, der Gerät. Das ist eine Atombombe, so ein bisschen. Got it. I'm surfacing. Hey, man. So, uh, got the thing? What is? We'll know what it is, when we can run some tests. Well, what it looks like. What do you think it is? Ah, best guess, it was hooked into the rock, maybe at a fault line. So, could it be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or, no, potentially it's like a fusion reactor running on sea water. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And if this was your fire was after? Yeah, for sure. But we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Maikil, hey. ich habe dich ein ich habe mich ein warum geht das ist nicht jetzt habe ich hier ich liebe den geruch von napa in hamburg ich bin so auf der seite ich bin auf dem weg naja wo ist ja der silikopter da hey pilot dude aber ich sehe schon die welt nicht niemals besiegen ja ihr werdet mich niemals besiegen kommt von hinten nein wenn wir von hinten kommen ok von mir aus ruhig durchatmen da nimm das hier wahnsinnig oh wir haben ein bisschen was einstecken müssen nicht gut auf hinkern gut geschossen freunden das wird ein spaß reptilian herr was ist da sein hier komme ich Science everywhere! Wie war es das? 10 Jahre? Nachdem das. Die Regierung will nicht mehr, wie lange es ist. Sie werden dich und alle, die du kennengelernt hast, auf ihre Kill-List. Und du! Ich dachte, du wäre besser als das. Was mache ich? Steal ein Super-Weapon, um zu den Chinesen zu verkaufen. Damn, Tee! Ist das ein NUK oder irgendwas? Ich dachte, du sagst, dass du mit ihm sprachst. Ja, ich habe! Okay? Kind of. Ich meine, er war immer wütend. Es geht nicht, okay? Es ist fertig, wir haben es. Wir können ihn zurück. Wir können ihn in der Erde, nachdem sie eine Verkaufung zusammenbauen können. Nein! Oh, also, du willst ein Droner, um dein Trailer zu drehen? Wir holen dir noch einen score, Trevor. Du schiefst mir! Wait! Get in den Chopper! Listen, was dieser fucking moron muss sagen! Okay! Okay, auf diese Weise, ich bin weg von hier. Du wirst mich nicht wiedersehen, in lange Zeit. Hey! Wir brauchen einen score! Remember! Man, ich dachte, ich war fertig, nicht zu bezahlen. Hallo? Ich auch! Scheiße! Es hat kein Geld gegeben! Ich bin Gott! Geld ist richtig und wichtig, meine lieben Kinderlein! Ja, in Tagen wie dieses ist es halt äußerst wichtig! Verdammt! Ich bin angepisst! Gut! Gut, da war mal wieder. Also, ich muss ein bisschen untertauchen. So, meine Lieben, würde ich mir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf! Mach's gut, meine Freunde! Ciao! Das ist, weil die Pinea den Herr Winkler nicht mehr ernst nimmt! Tal. 2 5 5 5 6 7 8 9 10 17 A 11 11 12 12 14 Bis zum nächsten Mal.